Finde auf deinem Stuhl einen angenehmen Sitz deiner Wahl, in dem du aufgerichtet und entspannt sitzen kannst. Am besten stellst du deine Füße hüftweit auf und legst deine linke Hand auf dem linken Oberschenkel ab. Führe Zeige- und Mittelfinger deiner rechten Hand auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Lege den Daumen der rechten Hand sanft auf das rechte Nasenloch und den Ringfinger der rechten Hand auf das linke Nasenloch. Atme jetzt bei geöffneten Nasenlöchern tief durch die Nase ein und wieder aus. Und mit dem Daumen der rechten Hand verschließe das rechte Nasenloch und atme auf zwei Takte durch das linke Nasenloch ein. Verschließe das linke Nasenloch und halte die Atemfülle für acht Takte. Löse den Daumen und atme auf rechts auf vier Takte aus. Atme dann rechts auf zwei Takte ein und verschließe beide Nasenlöcher und halte die Atemfülle wieder für acht Takte. Löse den Ringfinger und atme auf links für vier Takte aus. Halte die Atemlehre wieder für zwei und atme dann auf links wieder ein. Fahre in diesem Rhythmus fort, einatmen auf zwei, die Atemfülle für acht halten und auf vier jeweils ausatmen. Entweder bleibst du bei diesem Rhythmus oder verdoppelst deine Atemtakte. Das heißt, du atmest auf vier Takte ein, hältst die Atemfülle für 16 Takte und atmest auf acht Takte aus. Du kannst auch jederzeit zum ersten Rhythmus zurückkehren. Einatmen auf zwei, die Atemfülle auf acht halten und auf vier Atemzüge ausatmen. Und auf vier Atemzüge ausatmen. Untertitelung aufgrund des ZDF und Funk Und dann beende diese Variante der Wechselatmung allmählich. Schließe die Übung ab und lege beide Hände auf deinen Oberschenkeln ab. Halte die Augen geschlossen und spüre nach. Nimm wahr, wie dein Atem fließt. Und dann ganz allmählich öffne blinzeln deine Augen, kehre zurück und beende die Übung.